Willkommen zurück zu einer neuen Folge Fortnite. Geplante Wartungsarbeiten, das Server geht für Patch 4 Uhr bla bla offline. Ja, es sollen ja bald die neuen Aufgaben kommen hier. Wir gucken mal kurz rein. Im Übrigen das ist Season 11 von Fortnite und man hat gesehen ich bin schon etwas vorangekommen dank meines jungen Helfer meinem Sohnemann und was soll ich sagen, er und ich, wir sind eigentlich ein eingespieltes Team, wenn er an der Playstation spielt, spiel ich am PC und da machen wir eine Aufgabe nach der anderen durchweg oder aber er spielt am PC und mein mittelstes Kind spielt an der Playstation und die zwei zusammen. Chaos pur, mehr sag ich dazu nicht. So, wir spielen eine Runde Solo, denn Epic Games hat ab und zu jetzt mal ein paar Bots mit am Start und ja wir schauen einfach mal was uns die Folge so bringt. Ich kann auch tanzen beziehungsweise rennen. Haha. Ja gut. Der sollte es vielleicht mal sein lassen. Auch so eine Entfernung Snipern ist langweilig. So, kurz bedanken beim Busfahrer und auf geht's. Wo fliegen wir denn hin? Ich hab, da muss ich noch aufdecken, da muss ich noch aufdecken. hier und da hinten. Wo fliegen wir hin? Holy authoryl macaroni. Ich hab, da kn ups geohlten, da g Wir Fab. da unten gibt es häuser der fetzt der kleider komm lass mich landen alter ist das laut äh angel brauche ich nicht ja hier haben wir einen bot äh granat nehme ich gerne und ich habe vergessen umzuschalten schön ich spiele im du egal was solls ja komm ja das war definitiv ein bot das hat man gesehen ne doch dich behalten wir mal hui hui dat ist doch schon mal sehr schön ne sniper für ike ist immer gut apropos ach ich muss da ein stückchen rennen äh 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 gottchen 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 was sag mal hier oh ich nehme lieber die mit ja was machen wir jetzt wir sind im duo gelandet das ist nicht schön alter ist das laut doch ich höre dich ich höre dich ach na hier ist nichts mehr nix mehr nix mehr aber hier muss ich noch aufdecken auf jeden fall zwei kills besser als sonst immer auch wenn es nur bots waren so ich glaube das schaffe ich heute nicht aufzudecken denn ich muss erst mal weiter ach und dieses komische salvensturmgewehr das ist ein scheißgewehr mit dem komme ich definitiv nicht klar ok wir haben es doch erkundet sehr schön das schafft man locker da oben ist noch ein häuschen da könnte man ja mal reingucken die grafik hat sich auf jeden fall stark verbessert also da gibt es nichts zu meckern und hier waren welche und zwar richtige spieler die werden jetzt bestimmt da unten sein ja gut ich hoffe dass die dort sind ja da ist auf jeden fall weggebaut soo da wollen wir noch mal gucken vielleicht kriegt man noch ein paar kills aber warum wird das haus in ruhe gelassen das stimmt doch wieder irgendwas nicht ich komme schon kiste nein das wollte man nicht machen ach komm schon es hätte ruhig was besseres sein können jetzt muss ich hier doch nochmal reingucken das sieht mir doch aus als ob hier nur bots so an ja 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 so da haben wir unseren nächsten kill gemacht wir müssen weiter 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 hey gott die fahren weg aber 3 kills besser als ich sonst noch mal bin so aufpassen dass uns hier keiner von hinten oder von der flanke nimmt das wäre ein bisschen unpraktisch da ist noch eine kiste drin so nochmal ganz kurz das schild aufgefrischt da war doch gerade einer oh 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 scheiße da habe ich nicht drauf geachtet scheiße da kommt die zone das wird knapp werden nein lass mich oh ja 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 da ja ja das war's mit der Folge fortnite bis zum nächsten mal oder ja 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 Untertitelung. BR 2018